Für die Hochzeit einer engen Freundin unterbricht Herzog in Karte ihre Babypause und bezaubert mit strahlendem Lächeln und einem figurbetonten Outfit. Großbritanniens Vitaat ist zurück. Nach vielen Wochen Babypause sehen wir Herzog in Karte, 36, endlich wieder in der Öffentlichkeit und sie zeigt sich so strahlend wie eh und je. Seit der Geburt von Söncheng-Louis, vier Monate, im April hat sich die Herzogin von Cambridge weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit Ausnahme weniger Familien-Events, wie der Hochzeit ihres Schwagers Harry, 33, bekamen wir die 36-Jährige nicht zu Gesicht. Doch für die Hochzeit ihrer engen Freundin Sophie Kater, macht die schöne Dreifach-Mama eine Ausnahme. Mit königsblauem Mantel, der ihre schlanke Figur optimal in Szene setzt, und romantischem Blumenschmuck im Haar, gelingt ihr ein fulminantes Comeback. Zur Feier erschien Kater aber keineswegs allein, Sohn George, 5, und Töchterchen Charlotte, 3, gehörten zu den Blumenkindern und auch Ehemann William, 36, ließ sich den Freudentag nicht entgehen. Schließlich ist die Braut nicht nur eine Freundin der Familie, sondern auch die Taufpatin, von Mini-Prinzessin Charlotte. Sophie heiratet den Geschäftsmann Robert Snuggs, und trägt zu ihrem großen Tag einen weißen Spitzentraum mit ordentlich Ausschnitt. Da konnte der ein oder andere den Blick nicht abwenden, aber macht euch im Video oben selbst ein Bild. Jahrelange Freundschaft, Sophie und Kater, sind schon seit vielen Jahren enge Freundinnen und werden immer wieder gemeinsam bei Events, wie Wimbledon, gesehen. Zur Hochzeit kamen deshalb nicht nur die Cambridges, sondern auch Kates Eltern Michael, 69, und